ja ich sitze auch im dunkeln ich habe da ein bisschen was geklärt wie das teil jetzt hier zu mir gekommen ist weiß ich nicht einfach mal so ich sag dazu weiter nix ich kann ja hier nicht irgendwelche sachen erzählen behauptung aufstellen so läuft jetzt weiter hier mit akku alles wie gesagt wie das teil jetzt hier ja keine ahnung was das sein soll hier ok alles klar bronsen weiß bescheid es läuft erstmal ein bisschen auf sparflamme hier so ihr könnt ein bisschen was spenden für mich ich mache hier so ein paypal spenden link rein ja bis dann sind bald dunkel ein bisschen so